Ich habe den ersten Schuss direkt daneben gesetzt. Der eine hat einen Schutzschild. Ah, und der andere ist wieder gegen Feuerriss. Der eine hat einen Sniper mit geertet. Den Schutzschild bieten wir in die Seiten. Ok, ich werde Eilflieb verbrennen. Noch nicht ganz, aber gleich. MG! Der kommt mit so einem Psycho angerannt irgendwo. Ja, ja. Aua! Boah, shit, was? Ich bin so wieder tot. Was? Ah, der hat bestimmt eine Shotgun oder so. Ja, der hat irgendwas richtig Starkes auf jeden Fall. Ich habe auch eine Shotgun. Wo ist das nicht? Ja, aber Gerd und ich sind platt. Ja, bei Gerd bin ich gerade dran. Joa, ich respawn dann halt. Oh, komm. Gas. Ich lege das MG hin. Ich stehe in seinem Rücken, das ist ganz gut. Du musst mich auch noch nachladen. Hab ihn. Jo. Ja, das war gerade sehr vorteilhaft. Der war mit dem MG nämlich beschäftigt. Oh, der hat eine bessere Shotgun als ich. Die nehme ich mir. Danke. Was ist das? Und der hat mich schon dann dreist Blute. Oha! Vor allem dadurch, dass ich dann in seinem Rücken stand, war, konnte ich ihm schön immer in den Rücken knallen. Ja, das war ganz praktisch, äh, weil, wie heißt das, äh, der hat sich auf das MG konzentriert. Hier geht's einen kleinen Gang hoch. Waren wir hier schon? Nein. Ich glaube nicht. Wende. Weiter geht's nix. Okay. Ja, wir müssen hier unten lang. Ich könnte was Hells verkaufen. Kleine Käste gibt's hier doch, aber mehr nicht. Äh, Mikro vor mir ein bisschen richten hier, richten, so, richtet. Ah, okay. Ach, da unten kommen schon wieder die Spenden. Ja, ja. Der Kerl war doch jetzt süß. Den hättest du doch jetzt nicht. Ach. Naja, gut. Brennen. Ach, bist du putzig. So, jetzt bist du tot. Der hättest gar nicht schießen brauchen. Boah, ich hab 491 Schaden gerade gemacht. Boah, ich hab 491 Schaden gerade gemacht. Mit einem Schuss. Wie auch immer. Aber ich hab's. 556. Okay, also wenn man das gut trifft, der macht die richtig viel Damage. Was für Party, Party, halt ab. Äh. Echt? Oh, Junge, ich glaub hier brennt der Baum, ey. Halleluja. Könnt immer noch Health gebrauchen. Ja. Ja, musst du mal gucken. Hier ist Loot. Da vorne liegt Health. Ja. Hier ist noch Loot. Ein paar Geld. Ja, wir müssen jetzt hier hoch. Könnt jetzt interessant werden. Ja. Hier, wir müssen hier hoch. Bin dabei. Also hier nicht irgendwer wartet. Ja, guck mal. Da kommen sie schon. Gäste. Ah, lass uns still. Oh. Oh. Der macht richtig viel Schaden. Der nimmt mein Schild auseinander. Ich bin tot gleich. Aua, 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 aua. Alter. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Jetzt geh doch drauf. Oh, oh. Alter. Wie viel hält der denn aus? Oh, oh. Oh, oh. Boah. Boah, was? Da ist der nächste. Das gibt's nicht. Oh, scheiße. Ich pack ihn nicht. Ah, okay. Der hat mich in der Ecke gebackt. Komm hier nicht raus. Das springt. Oh, komm hier nicht. Stirn. Ich komm hier nicht raus. Oh, komm. Wollt, da hast du mich unbedingt. Ja, dann leg ihn um. Ja, ich bin nicht dabei. Ah, schieß. Oh, das hat nicht gereicht. Scheiße. Alter. Ich hätte ihn fast gehabt. Oh, der hat eine Sniper Rifle, die verbrennt. Ja, aber nur 54 Schaden. Ja, aber meine ist besser als meine. Die Hyperion Corporation. Wir sorgen für ihr Leben. Punkt. Ja, weißt du Bescheid, ne? Ja. Was liegt hier? Ja, ich bin natürlich absichtlich gestorben. Dann bin ich wieder volles Leben. Haha. Er rennt schon wieder hoch. Ja, ich bin da her. Ist wahrscheinlich ziemlich doof, aber naja. Oh, oh. Oh, hier gibt's was. Ja, ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Wow. Was war da drin? Hm. Mini-Loot. Äh, und nick, denk dran, du hast ne Spezialfähigkeit. Die solltest du ab und an mal einsetzen. Ja, aber die hab ich schon mal probieren und der hat irgendwie nicht wirklich was besirkt. Was kann die denn? Äh, wo kann ich denn das nochmal sehen? In deinem Skill-Bahn. Skill, 4 Täuschung. Abflugzeit für die 10 Sekunden. Bis zu 650 Prozent mehr Wagen. Was ist das? Ich bring da mal was mit, ja. Was bringst du denn da mit? Was ist das denn? Alter! Die sind feuerresistent. Ja. Also Nahrkampfschaden, nick. Das heißt, du musst den Nahrkampf aufgeben. Ja, 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 ja. Aber ich hab das schon jetzt ein, zweimal ausprobiert und das hat aber nichts gebracht. Alter, man hat nicht mehr Schaden gemacht. Alter, was bist du denn? Was ist denn hässlich jetzt ziemlich, ne? Naja, es ist auf jeden Fall tot. Oh, da ist noch ne kleine. Komm her! Komm her! Aua! Die ist mies. Ne. Oh, jetzt ist die tot. Ist nicht mies, die ist tot. Oh, und auch wieder. Verbrenn doch jetzt! Kann ja wohl nicht wahr sein. Moment. Moment, 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 Moment. Kucken, gucken, gucken, gucken. Da unten laufen wieder welche rum. Hier ist mein Sniper. Wart mal grad nach, mein Sniper. Hau ab! Jetzt geht's weg, Mann! Boah, was? Aua! Boah, holy shit, ey! Boah, holy shit, ey! Ich hab versucht dir zu helfen, Gerd. Hä? Von was werde ich denn jetzt? Ah! Scheiße! Steht auf einmal so ein Vieh neben mir. Weg! Boah! Ich bin so lebensmäßig ein bisschen im Eimer, aber ansonsten ist alles super. Ja, ich spawne mal neu. Achso, scheiße, ich wollte dir nachher helfen. Einmal warten, bitte. Ja, joa. Ja, der war 7. Ist ganz praktisch. Die Imperium Corporation möchte daran erinnern, dass Spawn Camper dauerhaft aus dieser Existenzebene verwandt werden. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir das Spiel auf Dauer tatsächlich ein bisschen auf die Augen geht. Ja, das kann ich nicht. Bin wieder da. Boah, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kleine das jetzt nicht so nett fand. Ja, und? Es hat schon einen Boom gemacht. MG. MG kümmert sich. Ich hab mich gekümmert. Stimmt. Dann pack ich's wieder ein. Ja, also die Sniper, die ich hier hab, ist echt ganz, ganz gut. Ich hab Eridium gefunden. Sehr gut. Ich bin. Ja. Es ist das. Das wird's. Ich bin. Ich bin. Ich bin. der kriegt aber gerade ordentlich einen geschenkt mein gott das habe ich mir auch gerade gedacht oder toll jetzt bin ich tot aber den kann ich den kill ich bin da ich von neu alter der hatte aber sein wurf scheiß jetzt verpiss dich mg wenn er jetzt mal die sniper wählen würde das mg macht ihn schon platt ich helfe mal ein bisschen nach doch wir können dich aufhalten ach manche waffen die hier oben liegen sind echt hier ist wieder so eine große waffenkiste ja bei mir kannst du öffnen ja aber ich habe eine gute sniper ich brauche gar nicht moment mal 129 schaden ja meine hat 142 also von mir aus kann sie haben ja ich habe die mit feuer die ist mir ganz recht eigentlich 90 da oben liegt noch eine jackson mit 98 ja gerd dann würde ich die nehmen ich bin voll nein willst du wieder nehmen die sniper kannst du nicht nehmen weil du voll bist ja genau ja warte ich guck mal ob ich platz habe dann können wir kannst du mir hier kommt noch mal vier herunter ja hier lassen tauschen gleich dann kannst du mir die sniper geben so gerd was soll ich vergesse es und dann gib mir deine alte sniper kann ich nicht weil ich die ausgerüstet habe dann muss ich dann kommt ja ok ich habe ich kann aber ein anderes mal vergeben ich bin nur gerade ich bin ja woher hoch was war das denn für ein feuerball alter komm her jetzt habe ihn sorge hat jetzt komme ich zu dir alle haupt um zack habe ich drin ja dann musst du auch tauschen ja dann solltest du jetzt platz haben ach so ok warum schwebt bei mir hier munition in der luft weil die kiste weg ist ja die munition ist aber jetzt auch weg weil die waren nämlich schrotflinte hier ist schön warm wir müssen aber hier hoch achten lass mich gerade mal meine wir müssen nicht hier hoch wir müssen da unten lang ok ok da müssen wir lang und hundertprozentig wartet da unten wieder viel spaß auf holen das versteckt es sei ja hoch sei vorsichtig freund macht mich immer sehr gut ich legen und und da mache ich gar nichts er ist und hier und 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 er und 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 die und 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 der hat er denn so also manche sind welchen weg gehen wir jetzt den hier musste ich auch einmal das ist auch immer unbedingt ausprobieren das war ja auch Feuer aus Rohr und so das hat bestimmt was miteinander zu tun und hier liegen leichten rum die wir nicht getötet haben und war weiter hoch das Geräusch der Erdbeben beweist dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen das ist der Sound des Fortschritts ich hatte erwähnt dass ich ihn mag ich dachte jetzt gerade was passiert jetzt hier links sind Automaten ich habe das Gefühl dass dieses Tor hinter uns gleich zugeht ja berechtigt ja Doktor Z was hast du denn auch ist nicht für meine Klasse hier gibt's Medikits und Schilde ich hasse das weißt du versuch nicht zu sterben denn es will dein Geld wenn du leben willst kauf bei mir wundervoll danke für die Kohle da hinten schön dass ich verkaufen kann wenn du anders einkaufst lasse ich dich tötet das gefällt mir nicht feier Porg leer leer lasst nur lieb ah Moment Munition ah wichtig Stimmt Munition kauf dir auch nochmal ein hervorragender Wach und den Kapitalismus so ich brauche Sniper aber ich hatte noch richtig viel trotzdem besser vorher kaufen ja aber ich würde sagen den Firehawk schnappen wir uns in der nächsten Folge alles klar bis dann bis dann tschüss tschüss